Jetzt gleich der Genre aus der Vergangenheit und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag hier bei den Tux-Tagen. Und in diesen nächsten zehn Minuten möchte ich euch LibreTrainSim vorstellen. Ja, mein Name ist Jean-Frederic Vogelbacher. Ich habe ja schon immer mal erzählt, dass ich irgendwie so eine eigene Anwendung da habe und dies und jenes. Jetzt stelle ich sie mal vor. Und ja, hallo, es ist ein Zugsimulator. Und ich erzähle euch erstmal ganz, ganz kurz etwas über das Projekt. Insgesamt hat das Projekt die Lizenz GPL 3.0. Also am Ende ist es freie Software, kostenlos. Jeder kann es herunterladen, jeder kann mitmachen, der will. Jeder kann sich den Code anschauen und so weiter. Also so wie Linux oder eine andere Software. Und das Ganze machen wir über GitHub. Organisieren wir uns da. Haben da mittlerweile auch eine GitHub-Organisation gegründet. Hier, github.com slash LibreTrainSim. Dort findet ihr dann die verschiedenen Repositories, die dann mittlerweile zu dem Zugsimulator gehören. Wir haben das nicht von Grund auf entwickelt. Wir nutzen eine Spiele-Engine dazu. Das ist die freie Godo-Engine. Die ist ein Open-Source-Projekt. Ich glaube seit 2013 so richtig. Und damit kann man 2D- und 3D-Spieler entwickeln. Tatsächlich ist das Projekt so richtig in der ersten Corona-Krise entstanden. Im ersten Corona-Lockdown. Wodurch dann der erste Release im März 2020 war. Das war die Alpha 0.5. Ich war sehr, sehr am Anfang sehr zuversichtlich, dass ja diese Version schon fast alle Funktionen hat, die ich da einbauen wollte. Allerdings wurden das jetzt dann über die Zeit dann noch etwas mehr. Das Projekt ist noch aktiv in Entwicklung. Ich selber bin da gerade so ein bisschen raus, weil ich einfach noch viel anderes zu tun habe. Aber am Ende gibt es da mittlerweile mehrere Leute, die sich da mit beschäftigen und die den weiterentwickeln, was ich sehr, sehr schön finde. Und mich sehr, sehr freut, dass ich auch andere quasi damit so ein bisschen begeistern konnte. Ja, die Webseite ist LibreTrainSim.de. Ich hoffe, sie ist mittlerweile wieder erreichbar. Wir hatten da letztens ein paar Probleme. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Projekt. Nee, vom Projekt zum Konzept. Ja, was ist denn das? Am Ende klingt das relativ trocken für die Leute, die es vielleicht nicht so interessiert. Am Ende ist es das Steuern eines Zuges. Man versucht, das realistische Steuern eines Zuges halt eben nachzuahmen. Man muss Geschwindigkeitslimits beachten. Man muss unterschiedliche Signale beachten. Die Signale haben unterschiedliche Sicherheitssysteme. Die kommen jetzt auch in der neuen Version und so weiter. Also ja, ist tatsächlich gar nicht so einfach erst mal. Und was man natürlich erst mal nicht erreichen will, ist eine sogenannte Zwangsbremsung. Wenn man beispielsweise ein Signal nicht richtig beachtet oder zu schnell ist oder sowas in der Hinsicht, dann habt ihr vielleicht auch mal beim Zugfahren mitbekommen, dass der Zug vielleicht irgendwann von jetzt auf einmal richtig, richtig, richtig hart bremst und dann zum Stillstand kommt. Dann war das in der Regel eine Zwangsbremsung, weil der Lokführer Schwierigkeiten gemacht hat. Ja, außerdem, was auch jeder von uns kennt, der Zug ist schon wieder zu spät. Das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach teilweise, weil man einen sehr, sehr eng getakteten Fahrplan hat. Und da muss man auch wirklich ein bisschen aufpassen, dass man auch wirklich pünktlich an der nächsten Station ankommt. Probiert es mal aus, ist gar nicht so einfach. Ja, außerdem ein effizientes und punktgenaues Anhalten eines Zuges an einer Station. Ihr sehtet, diese Zugstationen sind in der Regel gar nicht so lange. Und wenn ihr da mit 120 Sachen angerauscht kommt, müsst ihr relativ punktgenau bremsen. Das ist zwar bei einem Auto nicht schwierig, aber ein Zug hat doch einen etwas längeren Bremsweg. Und von daher ist das dann doch schon manchmal sehr, sehr spannend. Außerdem, ja, haben wir hier verschiedene Sprachen noch eingebaut. Natürlich Englisch, Deutsch, Polnisch, Italienisch, Japanisch, alles was es gibt. Ich glaube, das sind momentan die Sprachen, aber wer das gerne noch mal in eine andere Sprache übersetzen will, der ist herzlich willkommen. Ja, ich zeige euch mal hier ein Bild von der Ego-Perspektive quasi. Das ist jetzt hier noch so ein Demo-Zug. Ja, wir sind halt eben noch in der Alpha. Ja, hat hier verschiedene Schalltegel, hat rechts einen Fahrplan, hat links so ein bisschen die Zuginfo. Gut, da sieht man gerade nicht so viel, weil der Zug gerade steht für den Screenshot. Wir sehen auf dem Bahnsteig, ja, wir sehen eine relativ hübsche Welt. Ja, hübsch wie hübsch, aber, ne, es ist eben simulatortechnisch und es sind meine 3D-Künste hier drinnen. Ich denke, man sieht die hier auf ganzer Ebene. Und, ja, wir brauchen unbedingt Leute, die richtig coole Objekte erstellen. Also, von daher, ja, meldet euch gerne. Ja, so sieht das erstmal aus. Was haben wir denn für Features? Ja, wir haben einmal verschiedene Führerstandsansichten. Einmal eine freie Kamera, wo wir den Zug auch von außen betrachten können. Wir haben ein Soundsystem mit Ansagen, Weichensounds, Waggonsounds, Kurvensounds und Motorensounds. Also, es hört sich dann doch schon so langsam echt wie in einem echten Zug an. Und das ist einem auch, also war mir jedenfalls auch persönlich sehr, sehr wichtig, ja, dass man sich einfach ein bisschen mehr in dieser Welt quasi fühlt. So, wir haben eine Innenansicht von Zügen. Also, ja, wir sehen da jetzt links auch hier die Innenansicht, ne, wo dann Leute auch reinlaufen können und sich hinsetzen können und so. Das kam jetzt in der Version 0.8 dazu. Kann man schon spielen. Genau, wir haben auch ein komplettes Chunk-System, welches lange Strecken intelligent lädt. Ab der Version 0.9 dann auch parallel tatsächlich. Also, die Strecke, die wir jetzt hier sehen, das ist die längste Demo-Strecke, die wir bis jetzt haben. Die ist um die 30 Kilometer lang und, ja, dafür brauchen wir natürlich ein gewisses Content-System. Das haben wir jetzt auch schon mitgeliefert. Genau, das heißt, man kann das auch auf relativ, ich sag mal, ja, einfachen Rechnern dann spielen. So, wir haben verschiedene Szenarios pro Strecke. Das heißt, ne, man baut einmal eine Strecke und kann einmal beispielsweise den Schnellzug von, keine Ahnung, Schnickliputz zu irgendwo hinfahren. Man kann die S-Bahn fahren, man kann es in verschiedene Richtungen fahren, so in der Hinsicht und, ja, kann ganz verschiedene Szenarien auch abbilden. Ja, das wäre es dazu soweit und kommen wir doch auch mal weiter. Wir haben tatsächlich auch mittlerweile die Möglichkeit, eigene Strecken zu entwickeln. Eine Dokumentation mit Videos ist vorhanden. Ja, ich mache ganz gerne ein paar Videos, das habe ich dann auch gemacht, dann für diesen Zug-Simulator und es halt einfach mal gezeigt, wie das so funktioniert. Und ab der Version 0.9 haben wir auch einen eigenen Strecken-Editor direkt im Programm und ich hoffe, dass wir es schaffen, auch einen eigenen Szenario-Editor. Da sitze ich persönlich noch dran. Ansonsten haben wir eingebaute Modding-Funktionen auch schon für Strecken, Züge, Signale, Gleise, dass man auch unterschiedliche Sachen machen kann. Da wird auf jeden Fall auch noch mehr, auf jeden Fall viel mehr kommen. Wir sind halt noch so ein bisschen in Entwicklung. Die Gleise unterstützen so ziemlich alles, was man braucht. Einmal Neigung, Steigung, Kurven mit weichen Übergängen auch. Und das Einzige, was wir noch nicht nachgebildet haben, sind richtige Weichen. Ich glaube, das sieht man hier ganz gut. Ja, wir sehen hier, die Weichen haben wir noch nicht animiert. Das ist vielleicht so eine Sache, da weiß momentan keiner von uns Entwicklern, wie man das richtig macht. Das sind halt am Ende auch natürlich nur irgendwelche lausigen Programmierer, die natürlich auch nicht alles wissen, aber da ihr Bestes geben. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier waren wir. Genau, Oberleitungsgenerierung haben wir auch. Können wir auch hier sehen, ganz gut. Ohne Zickzack tatsächlich. In der reellen Welt würden die Oberleitungen einmal nach links und rechts gehen und so weiter. Das haben wir bis jetzt noch nicht implementiert. Aber es wird sicher auch in der Zukunft dann mal kommen. Genau, dann einmal, was kann man momentan schon spielen? Wir haben zwei unterschiedliche Züge. Einmal eine S-Bahn und eine U-Bahn. Die sind tatsächlich baulich sehr, sehr ähnlich. Haben aber verschiedene Farben, verschiedene Sounds, verschiedene Beschleunigungswerte und so weiter. Wir haben eine fiktive U-U-Bahn-S-Bahn-Strecke eben. Diese 30-Kilometer-Strecke hier, wie wir sie auch hier sehen. Oder auch eine U-Bahn-Strecke. Da habe ich mal die U2 von Nürnberg-Röthenbach bis zum Hauptbahnhof modelliert. Die ist insgesamt 10 Kilometer lang, beziehungsweise 15 Minuten Spielzeit. Das ist hier einmal nochmal die Strecke, ja diese fiktive S-Bahn-Strecke hier. Eben auch schon mit so einem großen Hauptbahnhof. Die wird auch erweitert, tatsächlich mit Schnellstrecken und so. Das wird so ein bisschen mein eigenes Projekt. Aber auch hier beispielsweise die Strecke zwischen Nürnberg-Hauptbahnhof und Röthenbach. Genau, kann man ein bisschen U-Bahn fahren, tatsächlich auch nach dem originellen Fahrplan. Ja, da haben wir einmal die Roadmap auch nochmal für Version 0.9. Was kommt jetzt demnächst hinzu? Wir haben sie geplant für den Weihnachten. Wir wollen auch temporäres Rückwärtsfahren implementieren. Da sind wir fertig. Wir haben verschiedene Signale implementiert und auch tatsächlich realistischer mit Formsignalen und so weiter. Man kann zwischen verschiedenen Stationen hin und her springen. Wir haben das PZB-Sicherheitssystem. Wir haben eine Übersichtskarte für Strecken. Wir haben einen Strecken-Editor, der ist momentan im Bugfixing. Ein Pause-Modus für Screenshots. Ein Szenario-Editor, der ist geplant. Und dass man die Tasteneinstellungen ändern kann, ist auch noch geplant momentan. Ja, weitere geplante Features sind ein eigener Terrain-Editor, wo man dann schöne Landschaften erstellen kann. Bis jetzt sind das so Grasplatten. Das soll noch ein bisschen schöner werden. Eine Evaluation am Ende eines Szenarios. Das Wechseln von Führerständen eines Zuges. Dass man beispielsweise auch langfristig einen ICE in den Kopfbahnhof fährt und dann einfach den Führerstand wechselt und dann mit dem ICE in die andere Richtung fährt. Ein Tag- und Nachtzyklus wollen wir auch noch einbauen. Oder Straßen mit fahrenden Autos. Genau, dann am Ende. Wo und wie könnt ihr spielen? Einmal auf Linux, Windows, Mac und Android. Mac, ja, ist es noch ein bisschen ungetestet. Da sind wir noch nicht ganz auf der Höhe, weil eben keiner von uns ein Mac hat. Ansonsten, ja, auf dem Google Play Store bekommt ihr es, im Flathub bekommt ihr es oder eben auch auf LibreTrainSIM.de slash Download. Das wäre es von mir gewesen und vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.